Jo liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Daily Shops. Bitte nicht wundern, falls ich irgendwie heute ein bisschen anders klinge oder ich ein bisschen leiser bin. Ich kann auch nicht genau einschätzen, wie laut dieses Mikro ist, denn ich bin gerade zu Besuch bei Freunden über Silvester, bin ich hier nach Österreich, nach Wien gefahren. Und ja, deswegen nehme ich das Ganze natürlich nicht bei mir zu Hause jetzt auf, sondern halt in einem anderen Setup. Also wundert euch nicht bitte, falls das jetzt heute und die nächsten Tage noch ein bisschen komisch oder ein bisschen anders klingt. Genau, ich bin nämlich zu Besuch bei Freunden und deswegen bin ich auch gerade ein bisschen leiser, denn die schlafen schon alle. Ich nehme das Ganze jetzt hier mitten in der Nacht auf, wo alle schon schlafen gegangen sind. Deswegen würde ich natürlich jetzt hier nicht rumbrüllen und damit alle aufwecken. Natürlich zeige ich euch trotzdem den heutigen Fortnite-Shop, Leute. Jeden Tag zeige ich euch den neuen Fortnite-Shop, egal was es ist, selbst wenn ich hier im Urlaub oder unterwegs bin. Genau, wir haben auf jeden Fall einen neuen Skin drin, nämlich die Disco-Diva, die zeige ich euch gleich. Fangen wir aber wie immer schon auf der linken Seite an, da haben wir erstmal weiterhin die Zuckerfee drin mit ihrem ziemlich coolen Backpack. So eisige Feenflügel, ja der Skin ist an sich ganz okay, aber ich muss sagen, ich finde bei dem Skin auf jeden Fall, dass die Flügel das Beste sind. Und dann haben wir noch heute den neuen Skin drin, nämlich die Disco-Diva für 1200 V-Bucks. Ja, sie hat quasi die Hacke, die kennt ihr ja sicherlich, diese Disco-Kugelhacke, hat sie quasi als Backpack und dann auch noch so leuchtend. Was ich ziemlich cool finde, man merkt also, dass Fortnite sich verbessert hat. Wäre cool, wenn sie mal die Hacke auch so ein bisschen updaten würden, wenn die Hacke zum Beispiel auch so aussehen würde. Das wäre schon ziemlich geil. Ja, man merkt halt, dass Fortnite auf jeden Fall die Designer besser geworden sind, mehr Effekte dazukommen und so weiter und so fort. Aber ansonsten, der Skin ist mal ein bisschen ein neues Design, was ich ziemlich gut finde, dass sie jetzt auch wieder so ein paar neue Charaktere vom Aussehen her zumindest dazu bringen. Und der Skin passt auf jeden Fall gut zu auch den anderen beiden Disco-Skins. Es gibt ja schon einen männlichen und einen weiblichen Disco-Skin. Die weibliche war, glaube ich, damals im Battle Pass, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Deswegen gibt es die ja heute nicht mehr zu bekommen. Ich denke mal, deswegen haben sie auch diese Disco-Diva jetzt hier noch hinzugefügt. Ich hole sie mir auch direkt schnell, bevor ich das vergesse. Genau, also deswegen, das ist der neue Skin. Passend dazu gibt es auf jeden Fall noch das gesamte Disco-Set hier, Fortnite-Fieber. Das ist einmal der männliche Skin mit seinem Afro dazu, leider ohne Backpack. Das ist ein bisschen schade, dass der keinen Backpack hat. Dann haben wir noch die Hacke, da, wie gesagt, fände ich es sehr cool, wenn sie auch diesen Disco-Kugel-Effekt wie bei dem Backpack da noch einfügen würden. Und dann haben wir noch Disco-Fieber drin. Ja, ein ziemlich geiler Dance benutze ich sehr, sehr gerne. Das ist eigentlich einer der besten Siegestänze, die es überhaupt in Fortnite gibt. Deswegen kann ich es auf jeden Fall sehr empfehlen. Und ihr bekommt auch nochmal 20% Rabatt auf das ganze Pack hier. Selbst wenn ihr schon bestimmte Items besitzt, sagen wir mal, ihr habt nur den Skin und die Hacke und euch fehlt der Emote noch. Dann bekommt ihr, wenn ihr euch dann diesen einzelnen Emote hier quasi holt, trotzdem wieder die 20% drauf. Also das gilt dann für alle Items. Das ist also ziemlich nice, kann man heute auf jeden Fall ein bisschen was sparen. Und falls ihr euch was holt, könnt ihr mich natürlich gerne unterstützen. Wenn ihr mich hier supporten wollt, dafür, dass ich hier nach dem neuen Shop zeige, dann könnt ihr mich gerne als Creator eintragen. Einfach nur Snoxy hier hinzufügen. Snoxy, mein Kanal und der kleine Siensehende dran. Und auch gerne mal nachschauen, ob es denn noch drinsteht. Denn wie immer, alle 14 Tage setze ich das zurück. Also geht gerne mal kurz in Fortnite und tragt Snoxy dort neu ein. Wäre wirklich mega, mega lieb von euch und supportet mich halt unglaublich doll. Ja, deswegen, wenn ihr auch weiterhin immer Gewinnspiele sehen wollt, tragt gerne dort Snoxy ein. Und ja, vielen Dank an jeden, der das macht. Ihr seid richtige Ehrenmänner. Und da kommen wir jetzt schon zur rechten Seite. Da ist auch wieder so ein bisschen Disco-mäßig drin. Heute ist es generell so ein Disco-Thema. Ist ja nur diese in Anführungszeichen Neonspitzhacke. Aber ja, auch die gefällt mir sehr, sehr gut. Hat halt so einen Leuchteffekt. Für Achtung, wie besser, für sehr nice. Und sie hat den ziemlich geilen Sound. Einen der besten Sounds in Fortnite. Also falls ihr das noch nicht wusstet, diese Hacke hat einen ultimativ geilen Sound. Kann ich auf jeden Fall empfehlen, sich diese Hacke zu holen. Und dann haben wir noch den Nachtlicht-Skin drin für Achtung der V-Bikes. Das finde ich auch ganz gut. Passt auch so jetzt, wie gesagt, zu diesem Disco-Thema. Dann haben wir noch den Elektro-Swing. Ein richtig geiler E-Mode. Dass der nur 500 V-Bikes kostet, ist einfach richtig geil. Denn der hätte auch locker 800 kosten können. Vom Aufwand her, von der Musik her, ein richtig geiler E-Mode. Kann ich sehr empfehlen. Ich habe auch immer einige Leute schon angeschrieben, ey, weißt du, so zufällig schon, wann Elektro-Swing mal wieder kommt. Deswegen an der Aldi-Leaning. Elektro-Swing ist heute wieder da. Sehr, sehr cool E-Mode. Für nur 500 V-Bikes. Absoluter preis. Damit könnt ihr auf der Tanzfläche auf jeden Fall abgehen. Auch mit den ganzen Disco-Skins. Und dann haben wir passend zu Silvester natürlich die Wunderkerze drin. Auch ein relativ seltener E-Mode. Der kam damals raus zum 4. Juli, zum amerikanischen Unabhängigkeitstag. Und ja, heute ist er wieder drin. Passt eigentlich gut zu Silvester. Deswegen Wunderkerze. 200 V-Bikes. Auf jeden Fall in Ordnung. Und ja, das war es dann schon zum heutigen Fortnite-Job. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir natürlich gerne einen Daumen nach oben da. Falls ihr neu seid, könnt ihr gerne jetzt noch abonnieren. Und auch gerne natürlich hier die Socks als Creator eintragen. Würde mich sehr freuen. Und ja, da könnt ihr recht zum Abstimmen, wie ihr den heutigen Shop handelt. Also top oder flop. Wir hören uns dann morgen wieder zum nächsten Daily Shop. Und dann schon wieder im neuen Jahr. Also wünsche ich euch einen guten Rutsch. Und ja, kommt alle gut rein. Bis dahin, macht's gut. Und tschüss.